Die Auswirkungen auf Südtirol sind natürlich jetzt katastrophal, denn wir haben jetzt in Italien die Parteien in der Mehrheit, die bereits angekündigt haben, dass sie einen Austritt aus dem Euro und sogar einen Austritt aus der EU haben wollen. Man muss sehen, ob das dann auch umgesetzt wird, aber ich glaube jeder Südtiroler kann sich ausmalen, was das für eine chaotische und instabile Politik in den nächsten Wochen und Monaten für Südtirol mit sich bringen wird und umso wichtiger ist es, dass Südtirol sich hier auf derartige Situationen vorbereitet und gerade auch unsere Forderung nach einer doppelten Staatsbürgerschaft brächte hier eine Absicherung für die Südtiroler, damit wir eben nicht mit ins Verderben rennen, wenn Italien diesen Weg gegen Europa weiterhin beschreitet. Nun liegt das Wahlergebnis der Parlamentswahlen in Italien vor. Wir haben gesehen, mit knapp 70 Prozent ist es weit niedriger als im Jahr 2013, wo es noch rund 82 Prozent Wahlbeteiligung ausmachte. In Südtirol hier haben sehr viele Menschen eben mit weiß beziehungsweise ungültig abgestimmt. Natürlich war das Ganze auch vorauszusehen, weil es ein chaotischer Abstimmungsmodus war. Es waren in verschiedenen Bezirken auch italienische Kandidaten drauf, was bei sehr vielen Wählern zu Unmut eigentlich geführt hat, die dann gesagt haben, wenn ich auch hier eben eine deutsche Partei, eine Südtiroler Partei wählen möchte, bin ich irgendwo gezwungen eben diese italienischen Kandidaten mitzuwählen. Ja, mich persönlich hat das Ergebnis der Parlamentswahl nicht überrascht. Also das Chaos, das politische Chaos in Italien war vor der Wahl so und wird es auch danach weiterhin sein. Also es ist aus meiner Sicht ein Wahnsinn, dass man mit diesem Wahlgesetz in eine Parlamentswahl geht. Also aus meiner Sicht bräuchte es dringend eine Wahlrechtsreform und politische Reformen im Allgemeinen in Italien. Für uns als Südtiroler Freiheit ist das Wahlgesetz natürlich uninteressant. Das heißt, die Hürden sind zu hoch. Also 20 Prozent auf regionaler Ebene und 40 Prozent auf provincialer Ebene, das ist einfach für uns nicht erreichbar und deshalb haben wir uns an dieser Wahl nicht beteiligt.